ich will jetzt nicht mehr fehler okay warte wirklich ganz gut ich bin ganz krass wenn auch wenn ich jetzt wissen muss und dann komme ich wieder bis klar hoffentlich hoffentlich fällt da nicht ins klar weil er war nicht irgendwie lustig ja wer geht wissen das bedeutet dass er mit seinen füßen auf dem klo drauf steht und dann reinpickert und das liegt ein ja wie soll es auch reinfliegen was trage ich eigentlich hast recht ich habe genau wie ich habe richtig geiles knospen habe ich richtig stolz drauf ok große probleme aber ich glaube wenn ich hier wieder 50 minuten aufgenommen hat dann warst du ja auch wenn ich den orden habe mache ich die aufnahme aus dem was es stückstück traurig meine die fans terminus wirst du noch da wo du vorher warst ja gut wieso ja warte mal ganz kurz jener crunch machten die fans drop logisch easy was du bist du gerade du siehst mich auf npcs haben die fähigkeit dass da irgendwelche nebeneffekte von attacken wieso macht mein headbutt keinen schaden das gibt keinen sinn da unten bist du wo man kann hier im fahrer benutzen wie bist du da runter gekommen einfach dass ich sehe leben wieso kann ich dem radicat keinen schaden machen ich bin gleich wieder da ich habe mir das war nicht ohne mich heute ich bin gleich wieder das radikal ist tot ich krieg hat es hat mein gullbart geplättet großartig ich hasse dich so alles folge halt was macht der lever ja einfach machen das lever kontrol store 1 6 jahre wo bist du gerade terminus genau da wo du bist noch der lever die machen gar nix ja ich will plus sie macht so nach was in der arbeit so eine andere sache wo es ist eigentlich der unserer marci hin schon wieder nein alles klar ich lebe mit onyx geh auf du kannst es für sie spielen aber es macht keiner du spielst du bist 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 an der packen ja hatte ich speziell attacken meine ich doch ich klasse ab bei das vielleicht zauberblatt kann wegen karantäten power und macht weiteres oder steht die präziver die session ist heute echt schlimm für mich im terminus also das kann man definitiv was ich bin gerade so völlig weil ich so fröhlich bin so schlau bin ja dann flinch mich noch ja cool mail zu sagen mail zu sagen ich bin so schlau bin das war einfach kein ich habe drei kürzes hoch gemacht und kann ein eckens licht zu schocken ein rett an what the fuck ja ohne x angriff ist das extrem scheiße ja aber doch nicht bei plus drei hast du kein ist egal ohne ich sei gemeinschaft ist um an der stadt ist ein bisschen brauchbar ich könnte eigentlich entwickeln da kommen wir jetzt warum ich das nicht mache sollen wir es entwickeln ich habe ich habe zu null naja ich will ich will jetzt die arena noch mit ohnex versuchen hör auf mich zu flüssen schein gritt ja oh gott ich kürze mich jetzt noch plus sechs fick dich ich glaube ich muss ohnex schauflerweite als der jetzt komme ich hier nicht langweiler ein grimer aber das kann doch physisch was aushalten komm ich habe gyro ball und ich habe vier curses draußen das muss weh tun es hat mich mit matbomb fast gekillt ich habe tatsächlich einfach noch ein kp und gyro ball macht gar nichts oh nix du bist scheiße und ausgerechnet jetzt muss ich meinen speicher ich muss meinen speicher wieder bekommen und es hat die vier curses ab das heißt angriff plus vier speed minus vier und büro ball war nichts ja würde es aber zur not habe ich noch zur not habe ich zeit um außerhalb zu level außerhalb der aufnahmen ich mache glaube ich gleich ich mache gleich einfach ohne aufnahme weiter weil ich jetzt bock habe weiter zu machen ich habe überhaupt keinen bock ich mache noch diese scheiß side quest ich glaube die arena mache ich schon gar nicht mehr na singe sich wesentlich termin hast du bestimmt noch die hat das müssen noch das video material für cole oder welche hole das ffl ja gut hast du es nicht mehr jetzt nicht mehr wie so lässt du sagt die doch brauchst anstatt mal doofisch nein das kannst du mir schicken das ist eine komplett aufnahme das ist so fast eine stunde lang das ding kein problem da ist einfach auf youtube hoch und nicht hat er das kohle dass ich auf youtube geladen frage ich noch ob du den link nochmal kappa ja ich weiß nicht ob das schon runter genommen habe kappa ja warum frage mal red findet muss man gegen den kämpfen nö er labert nur irgendwo das zeug von wegen kreis was vor nächstes kommt es ist ich ich mache das mit goldberg fertig goldberg ist geiler als du dann ist es gar nicht schwer der vorsticht zum arsch zum arsch zum arsch glaube ich brauch schaufler so aber g tor gestern die meist ein geheimfähigkeit da kann ich nicht alle geht die so wie die sind verrichtet warst du so ja die sitzen das ist ja sicher zwei mini meistert schon draußen alles klar ich treffe schon mal ein bisschen nicht mehr und er lassen nicht mehr verwirrt ich nehme es noch so recht soll es so lange ist das spielen dass ich zum arena hatte komme ich will es weiter ich kann jetzt nicht auf die ich glaube nicht dass noch fünf schon gespielt wird weil der trainer hier unten hatten es live auch mit minimal ist hast du kein psychoprogramm und du hattest doch einmal zu was hast du ja ich hab schon als goldberg lief und ja okay er hat sogar ein ding du kannst einfach auch psychokrise gebrauchzeichen ja ich muss ja das ist du bist schneller als das oder mit einem slow king ich weiß nicht wie welches level als mark hat sind freizeichen also ich nehme es einfach nicht dass man nicht erst keine attacke mehr und es ist nicht mehr verwirrt keine sorge es hat sich nicht einmal selber geschlagen das hat so habe ich mich vorher auch gefühlt ist so scheiß pisse erwischt sich niemals selber hier ich habe das mag kaputt ich bin jetzt mit wiesing fertig ich habe mich am schnappel dazu ich gehe auf der füge ich brauche egel sagen wie das da ist lege sagen einmal aber das gute belief lernt ja nicht egel sahen ja hast du das voll die verarsche als double slap mehr als zweimal hilft also terminus der links neben die hat nur bis jetzt also den ersten bekommen morgan morgan ist ok hat die kanzler für den bitte daneben gehen es ist ein kampf vielleicht hat er blend puller poison fang bringt jetzt war jetzt nicht so viel aber häusen das kann badly poison stürmt sich auch gerade da ist glaube ich gerade spiel was gekillt weiß dass gerade witzig ist könnte zweimal nicht so vereinsetzen wieso so ein gold das k.o. ich habe den kampf gewonnen warum ist ein gold das k.o. ich habe mich gerade warum surfer nicht getroffen hat wo ist diese komische kackfest bei dem team rocket hall oder wie nein du musst erst durch die ganze stadt rennen und durch scheiße erledigen davor bekämpft wie als die trainer hier ja sagen wir scheitern herr komme ich nach hat es braucht noch zehn jahren ungefähr keine sorge die arena hat ein bisschen lange gebraucht ist einfach gleich level 30 und mein baby bis 19 der typ hat magma und noch ein fukano magma und ein fukano ich habe keine stein attacken mehr auf woanders weiß du was ist mir egal dann kann ich mal meine preise ausprobieren ich glaube ich weiß ich glaube ich weiß das fände irgendwie das ist fände und fände ist offenlegung wo ich habe dafür gesorgt dass der gegner sich selbst bei confusion erwischt hat das wie sie kommen hat sich gesprengt ja hat mir auch gemacht lernt eigentlich gut als ruhe ort oder expert von selbst okay ja okay es hat so ist sowieso nicht das defensivste also ist es okay also es wirkt mich jetzt gerade nicht dass ich jetzt gerade ein bisschen später aufnehmen weil es nicht begeistert im rauch hat ich habe vor allem wollte wie sieht es eigentlich aus nach 20 ich weiß es gerade eine falsche zeit von dort wollen wir noch mal was heute ich habe ja für gar nicht ich werde nachher erst mal was essen vielleicht dann smash dabei sie noch nicht aber ich brauche noch der aufnahme erstmals ich würde mich reinsetzen die pizza über mich regnen lassen hat man nur 1000 jahren hat man bett nicht geht es einfach ohnex warte deinen tod ab du arschloch und ich werde auch nichts jetzt sofort schaufler beibringen weil warum hat hat man hier nur 70 bauern was soll die scheiße hat er es nicht immer oder hat es 80 ich bin ich glaube aber eigentlich sind die ganzen angriffe schon akkurat mein fucking bay lief will nicht hätten auch für mich einsetzen ja vielleicht mal wenn du etwas haben willst du brauchst du dann ich hab's mal baby beigebracht aber das müssen die einzelnen blöden baum ja ich sehe noch nicht genug mag nein ja auch echt ja es ist wie schaufler dieser fette koch hat ja ich habe mich verbraucht auf meinem fahrrad jetzt weiß ich bin jetzt warum das im kanton nie geklappt das erklärt so einiges ja vielleicht bekomme ich doch mit skarabon welches seine pokémon hat er herz ich habe den typen angesprochen bei mich hat er nur mit moonrock machen lassen was ja was moonrock ja keine ahnung hast du da ja ich glaube nur das was sie wissen was ich erlebt habe meine langen pokémon reise glaubt er nicht deine pokémon reise ist gar nicht so lang gewesen das wollte ich jetzt machen ich bringe als allererstes mal schaufler bei meinem monik das ist das ohne step kann das einfach gar nichts ich kann ihm auch ein rg beibringen kappa tutorial aber ich will schaufler wo bist du jetzt hast du schon mit dem polizisten geredet nein da also da wo bianca ist wo ist bianca da wo der radioturm ist ja und da musst du damit den polizisten aber das ist nicht bianca ist das mit der deutsche name kennen die battle at the gym jahre mit dem bist du bist du bist noch unterwegs bei den scheiß aufgrund so eine punkte scheißegal ich kann auch so wenig kämpfen eigentlich nicht was hat der scientist für items what the fuck was hat der scientist für pokémon welcher der letzte seite ist lassen der unten da ein oben links in dem lever rauch und bei dem war ich noch gar nicht mit der elektro funktion eigentlich ist irgendwie lust drauf wieso schenkt sich das eigentlich hast du schon mit den jetzt hast du völlig geredet mit dem polizisten und ich muss es mit geben reden oder gave ja wo muss ich hier nach dem polizisten ich habe es noch möglich ist der unterbrechen ja genau da geht es in der unterricht aber sehr abkommen mit ergena ja gehen habe ich ja gut aber du brauchst nach einer spa aber was jetzt gehen oder sporting was erst mal nur gena gena reicht das mal um das zu triggern okay ich bin getriggert warte wenn das jetzt ding hat sonst du musst erst einen untergrund dann redest du mit dem vor der tür dann redest du mit dem polizisten nachredest wieder mit dem vor der tür willst du mich verarschen der schaufler von meinem onyx killt einen magnetilo nicht mit studie oder ohne es hat die stelle nicht aktivieren müssen ich sag ja auch nix angriff das scheiße wie viel angriff habt ihr so nix 26 mein belly fahrt 34 und ist 26 ziemlich scheiße deswegen legt den stahl aus zu ja ich glaube auch ich glaube vor der arena entwickeln wir das noch oh gott also nix wie konntest du der kiffer arena so gut sein ich habe da nur mein grund deswegen alles klar oh shit mann was mache ich wegen meckner meint ne vierfach effektiv wie step attacke weißt du und die killt das machen ja okay man hat ein bisschen physische verteidigung gebe ich zu aber das ist trotzdem traurig auch ne meckner meint kann du hier komplett vernichten bitte explodieren nicht kaufen sonst bin ich aber die kämpfe sind relativ knapp weil halt mein team noch echt scheiße wollte das ist schlecht ich brauche irgendwas warte mal ein wenig kann bestimmt schon erb nehmen aber ich glaube das kann erst den werden man die behindern ich ja noch doch hier aber ich doch hier anbaut oh man ja explodiert ich doch jetzt das pokémon wollte ob es bringt sich hoffentlich selber rollout die kämpfe sind so unglaublich schrecklich voltopp ist nur elektrische was ich weiß wenigstens ist mein bayleaf kein gift pokémon wie bis auf lore ja das hat einige vorteile allerdings hat es auch nachteile ja lustig wenn jetzt dieser schaufler nicht reicht das gleich mal ist bei halbem leben warte geht es gar nicht bei halbem leben es reicht nicht und es setzt mir die weiß ein nein bitte nicht die gegner werden immer schicker bitte nicht ich sehe schon kommen irgendwann mal beim fünften oder sechsten ordnen haben wir das abgebrochen wirst du schon wieder bist du jetzt sei welt willkommen ich habe den arena besiegt weil ich 10.000 angriffe für meckner meint noch was das in der hatte besiegt nein ich den trainer ich habe es meckte ich sag mal so ich würde es jetzt nicht über die beibringen 100 landes move was meine tm ist weg ne gut weil nein ich muss erst halten wie soll ich denn da hochkommen ich weiß es nicht ich finde es gleich raus ich weiß schon mal dass ich mein gullbart wiederbeleben bei einer anderen punkten was zum nächsten zu gebrauchen nein nicht und ich bin wieder da hallo hallo eventuell d nein muss a oder b gewesen sein das hast du jetzt gemacht ich komme hier zurück äh warte weil ich muss mal sie ganz kurzes butterfree geben auch mal eingesperrt was ich komme sofort unterwegs butterfrei doch da was geht nicht wirklich ich komme nicht mehr aus der türe aus scheiß gegen mars die kommen als vorkommen zettel dann stirbt so beim volk ich kann ich aber nicht in irgendeinem wurschen pokémon ich habe das so jetzt aber ich habe dort gefunden ich habe glaube ich eins aber weiter ich mein kleid schätze geobots zu geobotsen der hat maß sie gibt mir nicht ein kleid der hat den tito marcy nimmt irgendwann egal ich gehe jetzt in bay leaf und macht das tito dann mit meinem wohl was kaputt ja okay dann kannst du wieder haben weil ich wenn wir nicht transform ist eine attacke die noch nicht funktioniert wenn ihr gegen einen zitter kämpfen das kann sich nicht verwandeln was ich habe jetzt von dem pro pro play gemacht mit gulbert habe ich geliebt dann bin ich im bay leaf dass ich in das bay leaf mit meinem gulbert kaputt machen kann aber ss transform ein und nichts passiert was du gehst dann ins punkt wenn es in den pokémon supermarkt und dann gehst du schauen wir so ich dir noch helfen ich habe ja ich muss mein racer lief schon wieder du musst du musst du das einkaufszentrum hast du ja und da gehst du in den fahrstunden drückst du f1 da gehst du auf das f1 kann ich solch mit michael reden ich dachte ich muss noch mal mit dem reden hast du jetzt gerade schon mit dem polizisten ja hast du danach gegen mit dem fetten gerät ja mit dem geben da gehst du zu er hat ein schlafen wooper und taurig haben wir kommen jetzt kommt bitte sagt beschadig wenn ich wo bin wenn du fertig bist du dann mit den schaden auf alle trotz der bieter macht und jetzt ja es gab verdammt warum hätte ich auf der wehrten gehen müssen er ort was man direkt danach mit dem typen der rechtes in den polizien also redet mit dem polizisten soll war ein freund körper vielleicht noch mal und ich komme wieder nur körper ja es liegt die dung hat noch auf gegen mich eingesetzt und ich habe kein left also ich habe schon noch aber ich meine ja aber bei mir auch so der hat wohl gelabert schüttelt und gegen war sie gehe ich außen und nix weil ich weiß kann nur noch mal und elektronik zahlen mir dass du bist du gerade beim radio direktor ich bin boden pokémon glaubt bist du mir eventuell ja du musst den rechten unten ich glaube er war beaktiviert dann besteht dann ist die tür auf nach dem und also muss von dem f raum nach unten allerdings die tür ist schon offen du musst nur irgendwie den f raum erst was gemacht nein ich sehe natürlich meine tür du musst dir den f raum los doch doch warte kurz wenn ich das war weil ich sehe halt kaum was gerade welchen im kampf bin wenn die fahrer nicht genug ansonsten kannst du nach unten ja ja da war es ein scheitern kommst du auch fach immer noch nicht der schock muss er denken marci wörtlich hey du kannst du jetzt nach oben ja okay wooper du bist leider schon boden pokémon ich mache mich fertig warte schauen wir mal ein goldbad ist einfach level 29 boden pokémon gibt es irgendwo noch mal nicht noch mal da habe ich schon was dann guck ob es irgendwo fang gibt da hast du schon gegen fang gekämpft ich kann dir vielleicht sagen ob sie unter der fang gibt ich habe dann von anderen place wie wir gut 46 machst du mit dem typen geredet ja das geht ja ja du musst ich glaube du kannst du kannst zurück gehen nach neuborg ja und auf route 64 46 vampis fangen marci und tafel was du musst in den sechsten stock gehen muss man ich überlegte aber ich habe reflekt also leckte marsch und dann kannst du dir fresh water jetzt hätte ich so gar nicht fleck das wäre so gut wirst du untergrund fast nicht wirklich bin vor dem gebäude und kommt kommt dann auch die kreuzung kreuzung hast du eine kreuzung also nehmen wir schwarze nehmen die kassin jama sie das kostet dann gehst du wieder zum politischen kassin oder muss ich ja noch und natürlich mischt reiser liebster wir wohin wohin da unten in das haus da rein und jetzt redest du mit diesem michael ich glaube ich kann mich gar nicht und die partner ist da ist ein blablabla mehr brauchst du gar nicht okay hast du nachdem du den den polizisten besiegt hast also den polizisten weggetan das ja natürlich mit dem fetten geredet was für ein polizisten nicht das spiel gerade so unglaublich bitte dem und untergrund ich habe gegen jemanden kämpfen gegen kein polizist das habe ich nicht machen müssen was du hast du schon dein abwarten mal hast du mit dem polizisten hast du mit dem polizisten da unten geredet ja dann hättest du auf das zweite drücken müssen dann hättest du den pokémon ausgängung security officer wenn wir du pisse seitens auf das zweite hier schon problem wie du das in an isolated area muss bei team walkway aus hier ist ein isolated area das hier nicht machen hast du gerade hast du schon das zweite gerade angezeigt bei dem ja treibt es ab du der officer und dann steht hier aber jetzt kann ich zwei ziel rechts ist wirklich davor ging es nicht das ist einfach mal an alle der radiodirektor gevin dein letztes pokémon ist ein taurost da würde ich mich vorbereiten was jetzt was jetzt ja warte dann gehst du hast du hast du dann noch mal mit dem fetten da gerade geredet ja aber dann gehst du zum polizisten